In diesem Video schauen wir uns eine tolle neue Funktion vom Pocket Code an. Und zwar, wie wir Objekte klonen können. Das schauen wir uns anhand einem einfachen Beispiel an. Wir haben ein Objekt, einen Vogel und dieser Vogel leitet zufällig über den Bildschirm. Diesen Vogel wollen wir nun klonen. Und zwar immer, wenn wir den Vogel antippen, soll ein Klon erzeugt werden. Wir brauchen nun den Erzeuge-Klon-Baustein, den wir unter Steuerung finden. Im Dropdown-Menü können wir auswählen, von welchem Objekt der Klon erzeugt werden soll. In diesem Fall von unserem Vogelobjekt. Von dem Objekt, in dem wir uns befinden. Deswegen wählen wir hier mir aus. Probieren wir das Programm einmal aus. Es funktioniert. Wir tippen unser Objekt an und es werden Klone erzeugt. Der Klon macht allerdings noch nichts. Auch das können wir ändern, mit einem speziellen Baustein. Wir gehen wieder unter Steuerung und finden hier den Baustein, wenn ich als Klon entstehe. Jetzt können wir dem Klon ein Verhalten geben. In meinem Beispiel sollen der Klon sein Aussehen ändern, die Größe und Farbe ändern, sowie sich um seine Achse drehen. Testen wir das Programm noch einmal. Immer wenn wir den Vogel jetzt antippen, werden Klone erzeugt, die ein spezielles Verhalten haben. Du hast nun gesehen, wie wir unsere Objekte klonen können. Das war nur ein einfaches Beispiel. Ich bin mir sicher, dir fallen noch viele tolle Möglichkeiten dafür ein.